Ich darf mich wieder auf den falschen Bildschirm schauen. Ich muss gerade mal die Maus etwas schneller machen. Moment. Irgendwie ist das so langsam. Ja, meine ist auch sehr langsam. Aber das passt zu mir für mein schreckhaftes Aim. Mäusen King. Na doch, hier. Ich grüße dich, wie geht es dir? Chat, was haltet ihr bis hierhin vom Game? Du, ey, Mäusen. Oh ja, was geht? Hm, 50. Okay. Achso. Huiiii. Was ist das hier? Oh, wo ist dein Kanon? Na ja. Haha. Achso. Those squirrels weren't kidding. Ja. This is a warzone. Hall of Duty. Look Cody. Shooting targets. Let's practice. Nice. Ja, du musst hier oben mal das... Was? Da oben. Das haben wir doch. Jetzt ist es wieder da. Das ist noch zum Üben. Okay, bist du ready? Wow. Immer ready. Impressive. I'm getting spooky vibes from this place. Okay, can we please turn back? I'm afraid that wouldn't be possible. Please seal the doors behind you to protect against the wall. This one's ready. Ich muss nicht zerstören. There, there, there. On the other side. Hahahaha. 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 Entschuldigung. Gut, ich wäre eh. Runtergefangen. Ah, das oben kam auch. Oh. Hui. Hui. Ah, oben da, oder? Ja, das ist jetzt erstmal weg. Hahahaha. Ja, so wie ich das machte. Muss man es beschweren, oder was? Ja, wahrscheinlich. Muss ja irgendwie runter. Fährt er hoch. Mh. 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 Also runter kommt er nicht. Achso, ja, warte. Logisch, klar. Warte, hier. Mh. 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 Oh, sind jetzt die Wäsch... Ne, du musst das hier wieder runterlassen, glaube ich. Achso. Jetzt, wenn wir dich nicht hätten. Aber jetzt fühle ich mich. Doch, eigentlich schon. Ah, hier. Nein. Oh shit. Achso. Muss wahrscheinlich und dann ranhängen und dann... Ja. Und jetzt kann ich sicher fühlen hier, oder? Ähm. Ähm. Oh, nein. Ähm. Oder muss ich dich mal hoch? Ja, geht ja nicht. Ja, stimmt. Ähm. Ah, hier unten. Hier unten hat's... Ja, aber das bringt ja nichts. Kannst du nicht drehen. Achso. Spitze. Super. Oh. 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 Oh, das hat interessant. Sie sind experimentiert auf einem Acorn. Sie sind wirklich verrückt. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Du blöder Papper. Heh heh heh. Ähm. Warte jetzt. Nein, so Ul BACK. Nein. Oh fuck. Heh heh. Neeein. Alter, wie... Ich das mach's. Zieh mal das Zeug an, Stefan. Ja, kann ich nicht. Musst ich zurück Kindern. Okay, nene ich mach meinen Selbstbestempel. so jetzt bitte nicht spoilern eldo warte jetzt ganz bisschen schneller nein ich dachte das reicht noch noch ein bisschen mehr ja es hängt so viel dran schon na warte nach unten genau da also hier oder? aha drauf nee oh shit bist du runter gefahren? jo jetzt muss ich auch alle Sachen wieder abmachen ja ne es geht glaube so ich glaube es zerstört sich äh von selten ich glaube jetzt habe ich es jetzt habe ich es raus glaube ich hoffentlich spitzel hat mir das gemacht? nein der kommt ja wieder runter jetzt hoi her was das ist schreien 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 ihr schreien die schreien Ja, du kannst jetzt Sachen machen, oder was? Das gefällt ihm, aber ich glaube nur so ein kleines Minispiel, oder? Ja, willst du auch noch rein? Nee, danke. Was steht hier? Positiv. Cordy, moin. Amisui, grüßt dich auch, hallo. Champions, moin. Achso, du musst wahrscheinlich sprengen, die. Ja, du musst hier alles einschnabbern. Achso. Was? Hm. Aha. Das Ding hält. Bitte? Ich glaube, das Ding selber hält gar nicht, es ist immer der... Hey, muss ich doch eine Bahn machen? Der Maus ist gar nicht so einfach. Im Kreis zu drehen, jetzt oder? Ne, das war richtig, das war mein Fehler. Alter, so viel. Wie du das wieder machst hier... Oh, der Heim! Was macht? Ja, warten! Noch mehr? Boah! Epic Gamer! Epic Gamer! Ja, Auto Aim! Epic Gamer! Habt ihr das gesehen? Nee, in der Lokal kann er einpacken. Input! Hä? Was? Hab ich auch nicht verstanden. Ah, dann müssen wir das ja auch machen. Also zuerst... Da musst du wahrscheinlich einfach schiessen, oder? Ja. Oh! Komm doch nochmal runter! Ja. Ja? Ja? Was wollte ich so? Mhm. Äh, what the fuck? Oh ne, ich stecke schon wieder fest. Hahaha! Oh ne, nice! Hey, Cap! Oh! Oh! Fire it up, May! Da seht's. Bunch hierüber! Hey, May! Ja, du musst hier drüben! Auf der Seite! Gamer! Genau! So super sind wir, hey! Das ist Wahnsinn! Ah, so! Wir haben bestimmt ne glückliche Beziehung danach! Hahaha! Äh... Hm. Wie ist mein Boden komisch? Wo? Ingame, der flackert. Mhm. Hm. Warte mal kurz. Ach, dachte grad der beim Meer schnickt. Nö, nö. Ja... Hm. Wo das nur wieder herkommt? Sorry. Jaaa, installiert doch mal die neue Schreiber! Gut. Gibt's hier irgendwas mit Detaillierung? Schatten? Machen wir Schatten noch niedrig? FPS, das ist begrenzt. Ja. Hm. Texturqualität? Shader? Sorry, Leute. Dann müssen wir damit jetzt leider so leben. Keine Ahnung, wie das weggeht. Das ist ein Mechanik. Looks like some type of tug of war. Wow, cool. Jetzt, jetzt kommt's. Was müssen wir? Ehh. Oh, wie zartig. Ready to fall into the hole? Oh, that hole is made for you. Kannst du eine Tour zerstören. Oh Gott. Warte ich. Ich drücke gar nicht so viel wie du. WTF? Was ist das denn für Quatsch? Du musst wahrscheinlich... I'm the master of the rope. Nee, wie sagt man? Ja. Ich... Keine Ahnung. Ah doch, ich bin doch schneller als du. Ja, willst du nochmal oder? Nee, du hast gewonnen. 1-1. Oh! Hey! Das ist unser Fußball! Und du denkst, dass ich es rausgehe. Ja, sorry about that. Rose und ich immer mit uns spielen. Es ist nur noch eine Sache, die die Schwierigkeiten haben von uns genommen. Oh Gott. Meine Leger sind schmerzt. Meine Beine sind schmerzt. Als wir raus aus dieser Verrückung, ich habe eine Kohlbeier. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Was, wenn wir hier drin sind? Du bist so drin. Du bist so drin. Du wirst nicht wissen das. Wir kommen zu Rose und brechen den Spell. Nein. Was, wenn wir nie zu ihr kommen? Bitte stopp' zu sprechen. Und weiter ran. Das Spiel ist auch mega gut. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Retro Bär, moin. Ja, fahr doch ohne mich. Ah, die warten müssen. die Quatsch. Dich. Da sind die Straßen, die Ratsch. Und dann gehen die Straßen. Da sind auch diese Straßen? Oh nein! Wo sind diese Straßen auch los? Oh nein! Das Küchen ist unglaublich! Also wenn Pärchen sich hier nach nicht mehr verstehen, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja die beste Pärchen-Therapie EU-West-Recht. Ist wirklich für Pärchen oder einfach für... Ja, aber meine ich ja. Also ich sag mal, wenn du das als Pärchen spielst, ist bestimmt cool. Also jemand ist irgendwie motorisch nicht so... Bitte? Eben ausser irgendeine Person ist motorisch nicht so geschickt, dann könnte irgendwie wahrscheinlich... Spin the handle to open it, but be on your go! We have never made it past this point. Once inside, you will be on your end. Baby 8-0, be with you. Eeeh... Ne, ne, ich glaube nicht zerstören. Ja, genau. Ja, habt doch... Leer geschossen. Oh oh. Ihr Fisser! Im Glück kriegst du das Auto in ihm. Hier bist du einfach so krass. Boah, ich muss gleich mal mein Game-Notes starten, mein Boden flackert ohne Ende. Ja. Aber richtig krass. Dann geh ich schnell Pipi. Ich glaube dann... Ne, warte. Geht ja nicht. Warte, wir müssen das Kapitel noch weitermachen. Nein, ich meine einfach wenn du... Achso, ja, ja. Achso, der hat ein Schild. Jetzt, oder? Uh... Sein Arsch ist voll mit Klipper. Boah! Nein! Der, zack, die Kamera! Jetzt ist er voll. Voll, voll, voll. Ich würde sagen, ich wünsche ihn nicht, oder? Nee, Kamera! Hat da jetzt kein Auto eben? Ja doch, aber ich muss ja trotzdem jedes Mal wechseln. Ja, ja. Ja, beruhig dich bitte. Park mal. Er ist voll noch. Easy, Snack. Ja, wir müssen das Kapitel noch zuerst spielen. Naja. Wir sind drin im Baum. Wir sind für sie, Supreme Wasp Queen. Das ist eine Frau schrecklich. Das ist eine Frau schrecklich. Das ist eine Frau schrecklich. Keine Angst, es ist nur ein Schwierl in einem Roboter. Ja, ein Roboter sehr groß. Er versucht uns zu töten. Vielleicht sollten wir einfach zurückkommen. Das ist eine Frau schrecklich. Alles klar, dann kann ich den Attacken sein. Monik, Moin. Ninja, Kollege. Äh, Barney? Ähm, hallo? Ah! Ich weiß halt nicht an dir, Herr. Du bist schon schleimig genug, Mann. Äh. Komm mal her. Hier sind noch welche? Boah, sind wir ein guter Team, du. Ja, sind richtig hard. Also, dass wir das noch schaffen, mit über 30 ist einfach krass. Haha. Im Glück haben wir so viel Battlefield gespielt. Ja, echt. Du musst die Dinge noch, äh, voll machen. Ah! Oh shit. An der Wand, an der Wand, an der Wand. Achso. Ja, sie ist soweit, denkt mein Hirn schon wieder nicht mehr. Machen wir mal. He, wo kommen die denn jetzt noch her? Wahrscheinlich um die Ecke. Ja. Klar, Barney, das funktioniert bei Stein auch. Ja. Explosion. Au, 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 okay, ich habe noch gerettet. Ach, Gott, das ist ein Hirnschlag. Ey. Oh, schau mal. Ah, die müssen wir sicher runterfallen lassen, oder? Ah, wir können einfach mal die anspreien hier. Anspreien? Oh, oh. Oh, oh, hey, 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 hey. Was ist das für ein Ding, ey? Was ist das für ein Ding? Weiß ich nicht. Irgendwas Giftiges. Irgendwas Violettes. Lila. Vielleicht noch ein Nisse, oder was? Gibt es ihm Spannlein voll, Junge. Nee, der hat einfach nur Rüstung an, glaube ich. Easy game. Der leuchtet halt immer, der ist so voll. Hey, wir machen uns wieder Komplimente. Wann, ich glaube, unsere Liebe ist wieder entfacht. Ich glaube, die Patient-Therapie funktioniert. Wir sind drin. Ja. Kein Schuss sein. Weißt du, was ich dir schlimmer mal sagen wollte? Nee. Na, dann nicht. Hey, ist das deine Kamera, May? Hm, sieht aus, dass die Squirrels nicht immer hier waren. Oh, dafür habe ich einen Erfolg gekriegt. Oh, einen Erfolg. Ja, schick eine Pause. Ah, im Steam, oder was? Ja, ja. Okay. Oh, wir können doch zusammen machen. Komm, stell dich hin. Pani, komm her. Oh, Pani. Ja, Meno. Wusste ich ja nicht. Und dann was machst du mit den Fotos? Ja, weiß ich nicht. Kannst du dir was von kaufen. Ah, da kannst du da drüber hängen. Bullshit. Ich habe nicht mal den Ding. Hm, clever. Achievements. Ah, gut, clever. Oh, so, Pani, wir sind so scheiße so ab. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Cool. 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 Well, look at that. Ja!